Was haben die amerikanischen Präsidentenköpfe am Mount Rushmore mit einer Hofeinfahrt zu tun? Was hat einwandfreies Trinkwasser mit einem blühenden Garten gemeinsam? Und was verbindet die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin mit einem Wohnzimmer? An all diesen Orten kommen Geräte von Kärcher zum Einsatz. Kärcher ist Weltmarktführer in der Reinigungstechnik und hat mehr als 3000 Produkte im Programm. Vom handlichen Fenstersauger über Hochdruckreiniger und Scheuersaugmaschine bis zur LKW-Waschanlage. Rund um den Globus findet Kärcher heute Lösungen für die Reinigungsanforderungen und Bedürfnisse seiner Kunden. Die Erfolgsgeschichte beginnt mit einem der bedeutenden deutschen Erfinder und Unternehmer, Alfred Kärcher. Sein Wirken steht in der Tradition großer schwäbischer Ingenieure wie Robert Bosch und Gottlieb Daimler. 1935 gründet der junge, technikbegeisterte Tüftler sein eigenes Unternehmen. Der Schwerpunkt sind zunächst industrielle Heizsysteme. 1950 bringt Kärcher den ersten Hochdruckreiniger auf den Markt. Nach dem frühen Tod Alfred Kärchers übernimmt 1959 Irene Kärcher, die Frau des Gründers, die Geschäftsführung. Unter ihrer Leitung wird das Geschäft international ausgerichtet und 1974 auf Hochdruckreiniger und später auf die Reinigungstechnik insgesamt fokussiert. Es folgt 1984 der Einstieg ins Consumer-Geschäft. Mit dem ersten Hochdruckreiniger für Privatanwender wird ein neuer Markt geschaffen. Nach Irene Kärchers Tod 1989 steht die nächste Generation in der Verantwortung. Das Unternehmen wird weiter internationalisiert, die Produktpalette erweitert und neue Geschäftsfelder werden erschlossen. Was als Werkstattbetrieb begann, ist heute ein weltweit operierendes Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern aus 130 Nationen, 2 Milliarden Euro Umsatz und Weltmarktführer in der Reinigungstechnik. Was ist das Geheimnis dieses erstaunlichen Erfolges? Das Reinigen ist ja keine Wissenschaft, sondern das Reinigen, obwohl es ein Grundbedarf des Menschen ist, hängt sehr stark von der Entwicklung des Landes ab oder der Menschen oder der Umgebungstemperatur oder der Lebensgewohnheiten oder der Anwendungsgewohnheiten. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir nahe am Kunden dran sind, dass wir den Kunden verstehen, welche Probleme hat er, welche Lösungen benötigt er. Deshalb müssen wir auch vor Ort präsent sein. Das ist der Grund, warum der Kunde für uns so elementar wichtig ist und im Zentrum eigentlich unseres Handelns steht. Unter dieser Maßgabe entstehen Bergkärcher Innovationen. Innovationen sind kein Zufall. Das Unternehmen investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung und bringt jedes Jahr über 100 neue Produkte auf den Markt. 87 Prozent der verkauften Produkte sind höchstens fünf Jahre alt. CAD-Modell, Virtual Reality, Prototyp. So entstehen neue Produkte. Vor Markteinführung wird gründlich getestet. Umweltverträglichkeit, niedrige Verbrauchswerte, höchste Funktionalität und Sicherheit. Das neue Gerät muss alle Prüfungen bestehen. Erst dann geht es in die Serienproduktion. Hier gilt es, unterschiedlichste Stückzahlen zu beherrschen. Von der Einzelfertigung in Handarbeit bis zur hochautomatisierten Großserienfertigung. Die Herausforderung, auch bei über 10.000 Geräten am Tag höchste Qualitätsstandards zu sichern. Das Ziel, null Fehler im gesamten Prozess. Das beginnt schon beim Wareneingang. Nur einwandfreie Bauteile und Materialien gelangen an die Produktionslinie. Hier erreicht Kärcher eine besonders hohe Effizienz. Durch flexible Verknüpfung der Fertigungsschritte, enge Teamarbeit und variable Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter. Jedes Produkt wird zu 100% geprüft. Nur wenn alles einwandfrei funktioniert, geht das Gerät in den Verkauf. Mit 100 Gesellschaften in 60 Ländern und mit einem Netzwerk von über 40.000 Kundendienststellen ist Kärcher überall auf der Welt präsent. Unser Anspruch ist es, dass der Kunde uns auf dem Vertriebskanal erreicht, wo er uns erwartet. Das heißt, wir vertreiben sowohl virtuell als auch stationär mit Kärcher-Sendern. Der Kunde hat den Anspruch, dass er seinen bequemen, gewohnten Weg macht und er wird uns dort immer erreichen. Spitzenleistungen für die Kunden. Das geht nur mit kompetenten, motivierten und zuverlässigen Mitarbeitern. Und mit Mitarbeitern, die sich in einer kollegialen Arbeitsatmosphäre stetig weiterentwickeln können. Kärcher investiert daher besonders stark in Aus- und Weiterbildung. Das schafft Kontinuität und ist eine wertvolle Investition in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Dabei bilden wirtschaftlicher Erfolg und eine nachhaltige Entwicklung schon immer eine feste Einheit. Kärcher sieht sich als Teil der Gesellschaft und übernimmt Verantwortung. So engagiert sich das Familienunternehmen für zahlreiche gemeinnützige Projekte in aller Welt, unterstützt soziale Einrichtungen und leistet lebenswichtige Soforthilfe nach Naturkatastrophen. Der Schutz der Umwelt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Kärcher-Geräte werden hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung stetig optimiert. Und in Kooperation mit Umweltorganisationen setzt sich Kärcher für den Schutz der Artenvielfalt oder den Erhalt von Süßwasservorkommen in aller Welt ein. Die Verpflichtung für Umweltschutz und Werteerhaltung war schon immer ein Bestandteil unseres Unternehmens und spiegelt unser Selbstverständnis wider. Deshalb engagiert sich Kärcher weltweit für die Bewahrung historischer Baudenkmäler. Hier gilt es unter schwierigsten Bedingungen komplexe Reinigungsaufgaben zu meistern. Kärcher steht für Reinigungskompetenz in einem sich ständig ändernden Markt. Anpassung an ständigem Wandel ist eigentlich das Entscheidende. Diese Anpassung muss kontinuierlich sein, da der Wandel kontinuierlich ist. Der Wandel ist permanent. Und diese Anpassungsbereitschaft und die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit sind für das Überleben und für das erfolgreiche Überleben Grundvoraussetzung. Das Unternehmen bleibt den eigenen hohen Anforderungen treu. Kärcher wird weiter Innovationen schaffen und Maßstäbe setzen in Technologie und Kundenzufriedenheit. Kärcher wird weiter den Anspruch haben, der Beste zu sein. Kärcher wird weiter Werte schaffen. Für Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen. Heute und in Zukunft. Weltweit. Weltweit.